In Mittelsachsen wurde gewählt. Und so haben die Bürger entschieden. Der CDU-Politiker Matthias Damm erhielt die Zweidrittelmehrheit bei der Landratswahl am Sonntag mit 65,7 Prozent der Stimmen. Damm hatte nur eine Gegenkandidatin, Marika Tendler-Valenta von den Linken. Sie erhielt 34,3 Prozent der Stimmen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lag die Wahlbeteiligung am 7. Juni in ganz Mittelsachsen bei 37,4 Prozent. Ralf Schreiber war als einziger Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Mittweide angetreten. Sein Sieg war sicher und sorgte für keine Überraschung. Bereits im ersten Wahlgang am 7. Juni 2015 erhielt Döbens Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer die notwendige absolute Mehrheit für eine zweite Amtszeit. Die Wahlbeteiligung lag in Döbeln bei 40,6 Prozent. Auch in Geringswalde bleibt der Amtsinhaber Thomas Arnold Bürgermeister der Stadt. Er gewinnt mit 82,3 Prozent gegen seine Kontrahentin Susann Riedel. Maria Lausch tritt in Kriebstein das Amt als Bürgermeisterin an. Sie hatte einen klaren Vorsprung und gewann mit einer Zweidrittelmehrheit. In Rosswein bleibt Veit Lindner im Amt. Für ihn gab es einen klaren Wahlsieg mit 86,7 Prozent und setzte sich so gegen seine vier Kontrahenten durch. Einen Amtswechsel gab es in Waldheim. Steffen Blech verlor die Wahl und muss nun seinen Stuhl an Steffen Ernst von der FDP abgeben. Renate Naumann war erneut als Bürgermeisterkandidatin in der Gemeinde Wechselburg angetreten. Sie gewann mit 43,4 Prozent. Jedoch hat sie nicht die absolute Mehrheit erreicht und somit wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. In Hartha erfolgt am 21.06. ebenfalls ein zweiter Wahlgang. Die Kandidaten Ronald Kunze und Daniel Rückewold stellen sich erneut ihren Wählern. Ronald Kunze fehlten knapp fünf Prozent zur absoluten Mehrheit. Auch in Leisnig gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Carsten Graf und Tobias Goet treten in einer erneuten Wahl gegeneinander an. Wie in Hartha, Leisnig und Wechselburg muss nun auch in Rochlitz am 21. Juni neu gewählt werden. Die beiden Kandidaten, Oberbürgermeisterin Kerstin Arndt und ihr Herausforderer Frank Dehne, trennten nur rund 100 Wählerstimmen voneinander. Auch hier wird es noch einmal spannend.